In einer Welt, in der Karrieren mit Geheimnissen verflochten sind und Loyalitäten auf die Probe gestellt werden, ändert sich das Schicksal eines Mannes drastisch am ersten Arbeitstag. Als er das Foto seiner Frau auf dem Schreibtisch des Chefs entdeckt, wird er in ein Labyrinth faszinierender Entdeckungen geworfen. Was verbirgt sich hinter diesem Bild? Machen Sie sich bereit, Geheimnisse und unerwartete Enthüllungen zu entschlüsseln. Paul, ein Mann in seinen 30er Jahren, bemerkenswert für sein einzigartiges Aussehen und seine magnetische Präsenz, genoss eine erfolgreiche Karriere in einem angesehenen Unternehmen. Bekannt für seine makellose Arbeitsmoral, seine Fähigkeit, Herausforderungen anzunehmen und von Kollegen respektiert, entschied er sich für ein Single-Leben und schätzte die Freiheit, die diese Wahl ihm gab. Eines Tages verliebte sich der junge Mann hoffnungslos in eine charmante Frau namens Sophie. Sein einst so vorsichtiges Herz war nun vollständig dieser überwältigenden Leidenschaft erlegen. Sophie, mit ihrer Eleganz und bezaubernden Lächeln, eroberte Paul auf eine Weise, die er sich nie vorgestellt hätte. In ihrem Welt der Verbundenheit vertieft, tauchten die beiden in eine Beziehung voller Versprechen und leidenschaftlicher Säufzer ein. Doch als Paul beschloss, Sophie seiner Mutter Martha vorzustellen, wurde die Atmosphäre gespannt. Beim Anblick von Sophie schien Martha eine seltsame Vorahnung zu haben. Ihre Augen, die einst Wärme und Zuneigung ausstrahlten, spiegelten nun einen Hauch von Besorgnis wieder. Obwohl sie versuchte, es zu verbergen, bemerkte Paul die Zögerlichkeit seiner Mutter. Sophie, unbewusst von Marthas Unruhe, versuchte, das Herz ihrer zukünftigen Schwiegermutter mit Freundlichkeit und Lächeln zu gewinnen. Doch Pauls Mutter, eine weise Frau mit Jahren an Erfahrung, konnte ihrem Instinkt nicht vollständig ignorieren. In einem leidenschaftlichen Impuls beschlossen Paul und Sophie, ihre Leben zu vereinen und heirateten schnell. Die ersten Monate der Ehe waren ein Märchen, in dem die Liebe blühte und das Glück in der Luft lag. Doch wie der mütterliche Instinkt oft zeigt, begann Martha, Feinheiten zu bemerken, die der Oberfläche der scheinbar perfekten Beziehung entgingen. Sophie, anfangs ein Bild von Süße und Charme, begann eine Spur von Feindseligkeit zu zeigen. Kleine Kommentare hier und da, wie ein kalter Windhauch, ließen Paul über die Bedeutung ihrer Worte nachdenken. Martha, aufmerksam und intuitiv, erkannte etwas hinter den Fassaden. Paul war andererseits ein guter und liebevoller Mann. Er liebte Sophie zutiefst, und selbst angesichts ihrer unberechenbaren Verhaltensweisen entschied er sich dafür, die vorübergehenden Wolken zu ignorieren. Er nannte sie liebevoll, mein kleiner Wildfang, in Momenten der Spannung, in dem Versuch, die Stimmung zu erleichtern und die Flamme der Liebe am Leben zu halten. Das Paar, obwohl es seinen Weg fortsetzte, stand vor verborgenen Herausforderungen. Paul, naiv zuversichtlich, dass die Zeit jedes Unbehagen lösen würde, bemerkte nicht die Samen des Misstrauens, die begannen zu sprießen und die aufgebaute Harmonie zu untergraben. Nach einigen Jahren Ehe tauchten Nuancen der Unzufriedenheit auf, insbesondere seitens Sophie, die sich zunehmend unzufrieden und gelangweilt im Eheleben sah. Auch mit Versuchen, die Leidenschaft durch exotische Reisen und teure Geschenke wiederzubeleben, konnte Paul den Schatten, der über der Beziehung lag, nicht vertreiben. Sophie, weit weg von der anfänglichen Begeisterung, suchte nach etwas mehr als den liebevollen Gästen ihres engagierten Ehemannes. Die Ehe, einst voller Versprechungen, stand kurz davor, Herausforderungen zu bewältigen, die sich einer oberflächlichen Lösung entzogen. Eine Krise in Pauls Leben entstand unerwartet, als das Unternehmen, für das er arbeitete, in einen bedeutenden Finanzskandal verwickelt wurde. Die Führungsebene des Unternehmens war in fragwürdige Praktiken verwickelt, was zu einem abrupten Rufverlust der Organisation führte. Paul, der immer ein engagierter und integerer Fachmann gewesen war, wurde indirekt in die Situation verwickelt. Als Teil des Management-Teams trug er eine Verantwortung, auch wenn er nicht direkt in die fragwürdigen Entscheidungen verwickelt war. Die Nachricht vom Skandal verbreitete sich schnell, und Paul wurde, obwohl unschuldig, mit dem Vorfall in Verbindung gebracht. Die Auswirkungen waren verheerend. Neben dem Verlust seines Arbeitsplatzes sah Paul seinen beruflichen Ruf zusammenbrechen. Er wurde auf dem Arbeitsmarkt verbrannt, da potenzielle Arbeitgeber zögerten, ihn einzustellen, aufgrund der Verbindung mit dem Skandal. Pauls Leben geriet in eine Abwärtsspirale der Herausforderungen, und er stand nicht nur vor dem Verlust seines Arbeitsplatzes, sondern auch vor der Schwierigkeit, sich in einem Markt wiederzufinden, der ihn nun mit Misstrauen betrachtete. Seine Reise, um seine Karriere wieder aufzubauen und Vorurteile zu überwinden, wurde zu einem harten Kampf, der nicht nur seine beruflichen Fähigkeiten, sondern auch seine Widerstandsfähigkeit und Entschlossenheit auf die Probe stellte. Die Wendung in Pauls Karriere nach einem Skandal erschütterte sein Vertrauen und sein Selbstwertgefühl zutiefst. Der erfolgreiche Mann, der seine Arbeit liebte, fand sich in einem Zustand der Niedergeschlagenheit wieder. Der Kampf, nicht nur seine Karriere, sondern auch sein Selbstvertrauen wieder zu erlangen, wurde zu einem steilen und herausfordernden Aufstieg. Paul, der fest an die Stabilität seiner Ehe glaubte, hoffte auf Unterstützung von seiner Frau Sophie in einer schwierigen Zeit. Doch seine Erwartungen wurden mit einer irritierenden Haltung empfangen, als sie antwortete, dann musst du eben schnell einen neuen Job finden. Anstatt eine Stütze zu sein, fügte sie nur eine weitere Last auf seine Schultern hinzu, obwohl sie wusste, dass er nach etwas suchte, aber keine Gelegenheit fand. Im Laufe der Zeit begann Sophie zu klagen, dass Paul keinen Job finden konnte. Ihre Haltung wurde trockener und feindseliger, was die ohnehin schon fragile Beziehung beeinträchtigte. Sophie begann Paul herabzusetzen und sein Selbstvertrauen weiter zu untergraben. Während sie ihre Arbeitsstunden angeblich erhöhte, um das Einkommen zu steigern, kam sie spät nach Hause und äußerte ihre Müdigkeit und Bedauern. Ich bin so müde, ich hätte nie gedacht, dass ich in so einer Situation sein würde, ich habe einfach Pech. Diese Worte brachen Pauls Herz, der sich noch mehr dafür verantwortlich machte, die Erwartungen nicht zu erfüllen. Das Paar war nun finanziell auf das Geld angewiesen, das Paul nach seiner Kündigung erhalten hatte, und auf das geringe Gehalt von Sophie. Die Spannung und das Unbehagen durchdrangen die Atmosphäre zu Hause, während das Paar nicht nur finanzielle Herausforderungen, sondern auch eine tiefe emotionale Krise durchlief. Inmitten dieser bereits sechs Monate dauernden Krise blieb Paul arbeitslos, während Sophie immer später nach Hause kam und lange Arbeitstage angab. Etwas fiel dem Ehemann jedoch auf, glänzender Schmuck und neue Kleidung, die mysteriöserweise im Haus auftauchten. Als Paul vorsichtig nach der Herkunft des Geldes fragte, das dieser Einkäufe unterstützte, hörte er von Sophie, ich arbeite so hart, ich verdiene es, mich ein wenig zu verwöhnen. Sie rechtfertigte ihre Ausgaben als Belohnung für die investierten Arbeitsstunden. Obwohl er perplex war, akzeptierte der Ehemann diese scharfen Antworten und konnte seine Frau nicht herausfordern. Bei einem zufälligen Einkaufstag sah Martha, Pauls Mutter, ihre Schwiegertochter, in einem luxuriösen Restaurant im Einkaufszentrum. Die Szene verwirrte sie angesichts der ständigen Beschwerden des Paares über finanzielle Schwierigkeiten. Obwohl sie keinen Konflikt schüren wollte, entschied sich Martha, ihrem Sohn nicht zu erzählen, was sie gesehen hatte. Stattdessen betete sie still und hoffte, dass sich, falls etwas nicht stimmte, dies irgendwie offenbaren würde. Das Mysterium um Sophies Verhalten begann nicht nur Paul, sondern auch diejenigen, die ihn liebten und sich um das Wohlergehen der Familie sorgten, zu beunruhigen. An einem Tag tiefer Trauer, während er sich bemühte, die Krise zu überwinden, begann Paul bereits, einige vorübergehende Jobs anzunehmen, um aktiv zu bleiben. Als er versuchte, die täglichen Verantwortlichkeiten auszugleichen, erhielt er einen Anruf, der den Verlauf seiner Reise verändern würde. Am Telefon erklärte die Stimme auf der anderen Seite, dass Paul zu einem Vorstellungsgespräch für eine Position in einem großen Unternehmen zugelassen worden sei. Eine Welle von Emotionen überwältigte ihn. Die Traurigkeit, die ihn geplagt hatte, wurde sofort von einer Woge der Freude und Erleichterung ersetzt. Das Herz von Paul begann schneller zu schlagen, als er die Worte hörte, die nicht nur ein Jobangebot, sondern auch das Versprechen eines Neuanfangs repräsentierten. Ein Lächeln, das schon lange nicht mehr auf seinem Gesicht erschienen war, erhellte den Raum, und er konnte kaum die Freude zurückhalten, die sich in seinem ganzen Wesen ausbreitete. Als Paul die aufregende Nachricht über seine neue Jobmöglichkeit mit Sophie teilte, erhoffte er sich dieselbe Begeisterung, die er empfand. Doch ihre Reaktion war zurückhaltender als erwartet. Sophie, obwohl sie etwas Begeisterung zeigte, schien nicht so interessiert zu sein, wie Paul gehofft hatte. Verwirrt bemerkte er, dass sie keine Fragen zu den Details des neuen Jobs stellte, wo er arbeiten würde, in welcher Position oder sogar welche Verantwortlichkeiten er übernehmen würde. Aber das Gefühl von Errungenschaft und Erneuerung überflutete den jungen Mann und gab ihm die notwendige Kraft, um den bevorstehenden Herausforderungen zu begegnen. Der Tag, der in Traurigkeit begann, verwandelte sich in eine Feier des Überwindens und neuer Chancen. Pauls erster Arbeitstag war geprägt von einer Mischung aus Nervosität und Begeisterung. In seinem besten Anzug betrat er das neue Büro mit dem Entschluss, seine berufliche Laufbahn neu zu beginnen. Die Kollegen empfingen ihn herzlich, und die vielversprechende Atmosphäre des Umfelds brachte ihm neue Energie. Als er zu einem formellen Meeting mit seinem neuen Chef, einem älteren Mann namens Petrus, geführt wurde, versuchte Paul, selbstbewusst aufzutreten. Als er sich jedoch hinsetzte, um zu sprechen, schockierte ihn der Anblick, der sich ihm bot, völlig. Auf dem Schreibtisch seines Chefs, elegant gerahmt, befand sich ein Foto seiner eigenen Ehefrau, Sophie. Der Schock war sofort da. Paul versuchte, seine Überraschung zu verbergen, aber innerlich wirbelten Fragen in seinem Kopf wie ein Sturm. Wer war diese Frau für seinen Chef? Wie kam ihr Foto hierher? Die Verwirrung mischte sich mit dem Bedürfnis, während des Meetings eine professionelle Haltung zu bewahren. Während des Gesprächs versuchte Paul, sich auf die Informationen seines Chefs zu konzentrieren, aber das Bild seiner Frau auf dem Tisch blieb wie ein verwirrender Schatten. Er wusste, dass er die Besprechung nicht einfach unterbrechen konnte, um persönliche Fragen zu stellen. So wurden Staunen und Schock vorerst hintangestellt, aber Neugierde und Verwirrung blieben, während sie ihm den ganzen Tag im Kopf herumgingen. Der erste Arbeitstag verwandelte sich in eine Mischung aus beruflicher Begeisterung und einem faszinierenden persönlichen Rätsel, das gelöst werden musste. Paul konnte es kaum erwarten, nach Hause zu kommen und die faszinierende Entdeckung mit Sophie zu teilen. Sobald er die Tür durchschritt, offenbarte die Dringlichkeit in seiner Stimme das Bedürfnis nach Klärung. Er beschrieb die Situation im Detail und erwähnte das Foto von Sophie, das den Ehrenplatz auf dem Tisch seines Chefs, Petrus, in der neuen Firma einnahm. Ein Schock zeigte sich auf Sophies Gesicht, als sie die Enthüllung hörte. Ihre Augen verrieten Überraschung und Bestürzung, aber bevor Paul eine Frage stellen konnte, begann sie sofort, jegliches Wissen über diesen Petrus zu leugnen. Mit einem Ausdruck der Unschuld schwor Sophie, niemals von diesem Mann gehört zu haben, und versicherte, ihn nicht einmal im Leben gesehen zu haben. Paul, verwirrt und auf der Suche nach Antworten, fühlte sich in einem Strudel widersprüchlicher Emotionen gefangen. Sophies Leugnung fügte der bereits verwirrenden Situation eine weitere Schicht von Geheimnis hinzu. Er versuchte, das Bild, das er auf Petrus Tisch sah, mit Sophies überraschender Verneinung seiner Existenz in Einklang zu bringen. Das Gespräch ging weiter, aber die Verwirrung hing in der Luft. Paul spürte, dass etwas nicht stimmte, aber konkrete Antworten schienen zwischen den Lücken dieses unerwarteten Gesprächs zu entweichen. Die Entdeckung auf Petrus Tisch wurde zu einem faszinierenden Rätsel, das sich nicht entschlüsseln ließ, sondern sich nur in ein komplexes und unbekanntes Gewirr vertiefte. Am zweiten Arbeitstag kam Paul angespannt an, sein geistvoller Gedanken. Das Geheimnis des Fotos auf Petrus schreibte Schalte weiter in seinem Kopf wieder und fügte seiner Routine eine Schicht von Angst hinzu. Erneut zeigte Petrus Wertschätzung für seine neuen Mitarbeiter und lud Paul, als interessierter Chef, zu einem privaten Gespräch ein. Das Treffen begann in entspannter Atmosphäre, Petrus zeigte echtes Interesse am Leben von Paul. Fragen über Familie, Träume und Ziele füllten den Dialog, aber Paul, von dem Geheimnis geplagt, konnte nicht umhin, die Frage aufzuwerfen, die ihn beschäftigte. In einem günstigen Moment fragte Paul vorsichtig seinen Chef und diese Frau auf dem Foto, wer ist sie? Sein Herzschlag beschleunigte sich, während er auf die Antwort wartete, in der Hoffnung, das Rätsel zu lösen, das ihn quälte. Ohne zu zögern und mit offensichtlichem Stolz antwortete Petrus, diese Frau ist meine Verlobte, die Liebe meines Lebens, Sophie. Die Worte fielen wie eine unerwartete Enthüllung und ließen Paul sprachlos zurück. Der Schock von Petrus' Offenbarung, dass Sophie seine Verlobte war, traf Paul bis ins Mark. Eine gespannte Stille lag im Raum, unterbrochen nur vom dumpfen Klang von Pauls beschleunigten Gedanken. Petrus' Gesicht, das zuvor von Stolz gezeichnet war, begann eine verwirrte Miene anzunehmen, als er die Verwirrung und Ungläubigkeit auf dem Gesicht seines neuen Mitarbeiters bemerkte. Paul, endlich Mut sammelnd, antwortete mit einer erstickten Stimme, Sophie ist seit fast sechs Jahren meine Ehefrau. Die Luft schien schwerer im Raum zu liegen, beladen mit der unerwarteten Enthüllung. Petrus' Blick, nun eine Mischung aus Überraschung und Verlegenheit, traf den von Paul und schuf eine angespannte Verbindung zwischen den beiden Männern. Von diesem Moment an veränderte sich die Atmosphäre im Raum drastisch. Was als vielversprechendes Treffen für den Karrierestart gedacht war, wurde zu einer Bühne für die Enthüllung eines komplexen Geflechts persönlicher Verbindungen. Paul, von Verrat perplex und verletzt, spürte eine überwältigende Mischung von Emotionen, während Petrus wiederum vor den unerwarteten Auswirkungen seiner eigenen Handlungen verblüfft schien. Was als neuer beruflicher Anfang für Paul gedacht war, entwickelte sich zu einem komplexen persönlichen Drama mit unbeantworteten Fragen und einer ungewissen Zukunft. Konfrontiert mit der überraschenden Enthüllung begannen Paul und Petrus, ihre Erfahrungen zu teilen und die verborgenen Details ihrer Beziehungen zu Sophie zu enthüllen. Was sich aus diesem Austausch von Geschichten ergab, war ein komplexes Bild von Verrat, der im Verborgenen stattgefunden hatte. Sie entdeckten, dass Sophie zwei gleichzeitige Beziehungen pflegte und ein trügerisches Doppelleben führte. Mit Petrus führte sie seit fast einem Jahr eine Romanze und nutzte die Großzügigkeit eines älteren Mannes aus, der von ihrer Jugend und Schönheit begeistert war. Die glänzenden Schmuckgeschenke, neuen Kleider und teuren Mittagessen, die jetzt verstanden wurden, waren die Belohnung für Sophies Reize. Die Überstunden, von denen sie Paul erzählte, waren wahrscheinlich Momente, die sie ihrer anderen Beziehung zu Petrus widmete. Während die Puzzlestücke zusammenpassten, erkannten Paul und Petrus, dass sie keine Rivalen in einem Wettbewerb um Sophie waren, sondern eine gemeinsame Erfahrung des Verrats teilten. Die von Monaten verschleierte Wahrheit kam ans Licht und enthüllte eine Frau, die die Emotionen beider Männer manipulierte, um ihre eigenen egoistischen Wünsche zu befriedigen. In einem Moment gegenseitigen Verständnisses erkannten Paul und Petrus, dass Sophie nicht die Treue wert war, die sie in sie gesetzt hatten. Anstatt sich von Wut verzehren zu lassen, fanden sie Solidarität in ihrer geteilten Enttäuschung. Das Schicksal hatte diese beiden Männer auf eine Begegnung geführt, die über Rivalität hinausging und auf die Entdeckung einer schmerzhaften Wahrheit hinwies. Sophie war eine Meisterin der Täuschung, und sie entschieden sich, getrennte Wege ohne sie zu gehen. Mit der Wahrheit enthüllt, beschlossen Paul und Petrus, getrennte Wege zu gehen und eine Frau hinter sich zu lassen, die sich als Meisterin der Manipulation erwiesen hatte. Verbunden durch Enttäuschung, weigerten sie sich, zu lassen, dass Sophies Verrat ihre Schicksale bestimmte. Inzwischen begann Sophies Lügengebäude zu bröckeln. Die Entdeckung ihrer beiden geheimen Beziehungen kam ans Licht und ließ sie den Konsequenzen ihrer Handlungen gegenüberstehen. Petrus, sich betrogen fühlend, brach die Bindungen ab, und Paul, endlich frei von der emotionalen Belastung, unternahm die notwendigen Schritte, um seine Ehe zu beenden. Sophie, nun ohne die Unterstützung ihrer beiden Beziehungen, fand sich in einer isolierten Situation wieder. Ihre Machenschaften wurden aufgedeckt, und die Welt, die sie aufgebaut hatte, brach zusammen. Der Ruf, den sie gepflegt hatte, verschwand vor aller Augen, und Einsamkeit wurde ihr einziger Begleiter. In der Zwischenzeit bemühte sich Paul, befreit von dem Gewicht der Enttäuschung, sein Leben wieder aufzubauen. Er investierte Zeit in seine Karriere, fand Unterstützung bei Freunden und Familie und heilte langsam die Wunden, die durch den Verrat entstanden waren. Er fand eine neue Bedeutung im Leben, indem er wertvolle Lektionen über Loyalität, Vertrauen und Neuanfänge lernte. Paul und Petrus, anfangs Fremde, schlossen sich in ihrer gemeinsamen Suche nach Antworten zusammen und fanden Unterstützung und Verständnis füreinander angesichts der schockierenden Enthüllungen. Die Geschichte von Paul, Sophie und Petrus unterstreicht eine universelle Lektion, die Wahrheit hat eine eigenartige Art, sich selbst zu offenbaren, selbst in den komplexesten Umständen. Im Laufe des Lebens können Lügen und Täuschungen vorübergehend verborgen bleiben, aber letztendlich wird die Wahrheit ans Licht kommen, oft auf unerwartete und überraschende Weise. Letztendlich deutet die Geschichte darauf hin, dass das Schicksal oft auf überraschende Weise handelt, Menschen auf unvorhersehbare Weise verbindet und zeigt, dass die Wahrheit eine unausweichliche Kraft auf der menschlichen Reise ist. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, erwägen Sie bitte, ein Like zu hinterlassen und sich das nächste Video anzusehen, das gerade auf Ihrem Bildschirm erscheint. Sind Sie noch nicht abonniert? Abonnieren Sie jetzt, um keine weiteren Videos zu verpassen und helfen Sie uns, noch weiter zu wachsen.